Stefan Werra, Körpersprache-Seminar, wie hat dir das gefallen bis jetzt? Ja, Körpersprache ist sowieso ein interessantes Thema und der Vormittag heute war sehr berauschend. Einfach sehr praktische Dinge gehört und gesehen und ich kann mir eigentlich jetzt schon am Vormittag viel mitnehmen. Viele Tipps und Tricks, weil ich habe trotzdem viel mit Menschen zu tun, mit meinen Mitarbeitern, mit Kunden, in der Familie, mit meinen Kindern. Überall wirkt Körpersprache und wenn man da sozusagen ein bisschen die Zeichen dahinter im Ansatz kennengelernt hat, sage ich einmal, ist das natürlich eine tolle Sache und natürlich dann vielleicht auch ein bisschen in den Alltag umbringen kann.